Lass uns nach Hause gehen, ja ja, komm, okay, bist du eh nicht mit dem, du hast dich doch im letzten Job wieder verloren, im Suchen. Ja, und das ist halt so die Projekte, die wir jetzt so, weil wo wir jetzt in Standard wären, eigentlich wird immer nur noch gleich, weeeeee! Das war dein erster Kampf als Trainer. Ja, da hat sie gesagt. So, und das soll jetzt eigentlich schon wieder so reichen, mit Pokémon Daphia-Vision, wir haben natürlich den Start wieder ein bisschen vertackt, natürlich gleich mal erst mal ein Kind, an erster Stelle haben wir uns gegen Mikey geschafft, aber dann, und wir haben so ein Koke-Bälle erhalten, das ist nicht so einer, sondern so, jetzt macht es unheimlich viel Spaß, Pokémon zu fahren. Na, wieder! Ja, was wüsst, ja, Arsch-Turbo. So, ich schaue mich hier aus Wurzelheim. Halt, nein, noch nicht. Ah, Wurzel, miau! Ja, ja, habe ich gemacht. Alles schon gemacht. Ja, ja, hol, ich gebe mir meine Träder, du. Und, und nützes Vorwort-Dreter. Also, den B-Knopf gedrückt, ja, ist schlecht, ich sag auch, wenn man immer noch mal mehr oben gehen wollte. Von daher ist das immer so, dass man die Arsch-Turbo wieder nach vorne, na, schnappt sich die alle! Ah, gut, ich muss es mit X machen, iiii, 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 iiii. Ich bin Hypersonic, Hypersonic, und ii, iiii. Ich bin Hypersonic, Hypersonic, und iiii. Und, iiii, iiii, iiii. Ich vergede mich hier vom Programm, sondern da wir haben mit der Wusel, wusel, wusel. Uiii, iiii, iiii, iiii. Vielen Dank.